Der Berner Jura hat eine lange Geschichte und ein enormes Know-how. Wie diese 1000-jährige Eibe haben im Berner Jura Werte wie Präzision und solide Arbeit tiefe Wurzeln. Diese Werte sind auf jeden Fall kompatibel mit der BCBE, die seit mehr als 150 Jahren eine Stabilität und Stabilität mit dieser Region entwickelt hat. Ich heiße Frédéric Weingart und bin seit 1999 der BCBE im Berner Jura-Bernois responsable. Heute, die BCBE hat sechs Siege im Berner Jura-Bernois. Die erste Kursale der Bank wurde in St. Tignes in 1858. Schon in dieser Zeit hat die BCBE analysiert das Potenzial der Ökonomie der Region und hat schnell seinen Unterstützung zu den verschiedenen Erwachsenen. Die Uhrenindustrie verleiht dem Berner Jura eine große wirtschaftliche Anziehungskraft. Ein Beispiel dafür ist die weltweit bekannte Uhrenmarke Longines. Auch die automatische Drehmaschine wurde im Berner Jura erfunden, und zwar in Moutier. Die BEKB nimmt seit ihren Anfängen an der SIAMS teil, eine Gelegenheit, sich mit ihren KMU-Partnern auszutauschen. Die eBosch Mikromechanik Presitram SA ist eine langjährige Kundin der BEKB. Wir sind eine Familie, mit 130 Mitarbeitern. Wir produzieren seit 35 Jahren seit 35 Jahren die Ebauches horloger für alle Grangemarke Suisse und Ehrangere. Seit der Fondation unserer Unternehmen, die BCBE hat immer ein Teil von der Bekbüse verletzt. Wir empfehlen sehr die proximität und die Reaktivität von einem conseiller close zu uns. Wir sind sehr nahe an unsere Valle. Seit nunmehr vier Generationen unterstützt und berät sie die Affolter-Gruppe. Die BEKB begleitet ihre Partner bei ihren Entscheidungen. Affolter Holding ist ein Grupp von vier Unternehmen. Die größte Entfernung wurde im Jahr 2019 durch meinen Großvater, Louis Affolter. Wir sind in der vierten Generation, und wir sind sehr froh, zu bleiben und zu halten, diese Familie zu sein. Wir sind sehr froh, zu bewerben mit der Bankantonale Berneuze, denn wir identifieren auch seine Visionen zu langen, seine Visionen zu langen, seine Visionen zu langen, die Entwicklung des Affaires zu entwickeln. Das ermöglicht die Situationen, die von der Bekbüse sind, die von der Bekbüse sind, die sich für die Bankantonale betrachten, die sich für die Bankantonale betrachten, und dann, wenn wir uns verletzen, dann können wir die Affaires zusammenarbeiten, und dann können wir am Erfolg zusammenarbeiten. Der Erfolg von der BCB und seinen Partner-PME-Fraktion hat sich über eine proximität mit dem conseiller und seinen Kunden zu lieben. Ich denke, dass es manchmal mehr als eine professionelle relation ist. Ich habe die Chance, zu erfahren, den Monde der Chasse mit einem meiner alten Kunden zu lieben. und ich konnte auch diese Perspektive mit anderen Kunden, die ich mit meinem Berufsleben genannt habe. Die BCBE, als Arbeitgeber, hat sich sehr viel Aufmerksamkeit an den Fähigkeiten von ihren Mitarbeitern. Sie haben eine große Freiheit, selbst wenn der Arbeit ein Priorität ist. Ich habe die Chance, persönlich, Ich bin Alexander Villemin und bin der Beziehung der BCB de Motier für die Beziehung. Wie vielen anderen Unternehmen im Berner Jura ist auch der BEKB das Wohl ihrer Mitarbeitenden ein großes Anliegen. Mit ihrem Nachhaltigkeitsleitbild bekennt sich die Bank zu ihrer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Verantwortung. Die César.chsa Intervane ist ein innovativer Hersteller von Büro- und Schulmobiliar. Das Unternehmen vertritt einen nachhaltigen und umweltverträglichen Ansatz. Der Turm von Morand steht mitten in der Natur und wurde von Maurer-Lehrlingen erstellt. Bei der BIKB ist einer von zehn Arbeitsplätzen ein Ausbildungsplatz. Ich habe die Möglichkeit, meine Arbeit zu dem BKB am Siege Tramlo. Die BKB me gibt ein solideer Bagage, die ich jeden Tag verwendet, denn ich bin heute Arbeit am Siege Tramlo. Ich bin Ludivine Voiblet und ich bin die Szene von der Privatkriebe. Ich bin sehr nahe zu meiner Region, ich bin hierher, und ich bin hierher, und ich habe mich mit Menschen, die ich weiß. Diese Proximität und die Erkenntnisse, die die Kunden in der finanziellen Beziehung helfen können. Bodenständigkeit ist auch der BEKB sehr wichtig. Ich heiße André Ayer und bin in der BCBE seit 40 Jahren. Ich arbeite aktuell für die Beziehung von der Beziehung von der Beziehung. Ich war immer in der Beziehung als Banker. Fidäle in meiner Region, habe ich in der BCBE gemacht und habe sie nie verlassen. Dieser Arbeit hat mir geholfen, meine Passion zu halten. Mein Arbeit in der Bank ermöglicht mich noch besser, die Dinge rund um mich, auf meinem Landwirt. Die Natur ändert sehr langsam und im Rhythmus des Saisons. Das ist nicht der Fall. Ich habe viele Technologien und Strategien in meiner Karriere kennengelernt. Ich habe immer mit der Presse, dass wir die nächste Woche nicht besser machen können. Aber ich habe immer wieder geholfen. Die von der BEKB unterstützte Foire de Shendong, eine der größten Landwirtschaftsausstellungen Europas, zieht jeweils am ersten Montag im September zehntausende Besucher an. Hier trifft man sich um Geschäfte abzuschließen, aber auch um lokale Spezialitäten wie den berühmten Tête de Moines zu genießen. Die BEKB ist stolz darauf, Finanzpartnerin der Fromagerie de la Suisse SA in Congement zu sein. Diese junge, äußerst moderne Vorzeigekäserei produziert hauptsächlich Tête de Moines. Die Tête de Moines ist ein Produkt AOP, Appellation d'Origine Protégée, die eine sehr vielle Geschichte ist. Er hat mehr als 800 Jahre. Und dann, wenn man ein baut, oder an der Technologien, es gibt eine große Tradition in der Produktion. Wir arbeiten in den Schäubleien, wie wir im Ancestralen, oder wir arbeiten in der Hand. Ich denke, dass wir hier wirklich Technologie und Tradition haben. Das Partner mit meinem Bekannten von Bernoise ist sehr wichtig, für alle die Bekannten, die wir im Laufe des Lebens und für eine Bekannte, die sich auf der Zeit befindet. Die BEKB unterstützt zahlreiche kulturelle Anlässe im Berner Jura. Sie organisiert auch jedes Jahr ihre traditionellen BEKB-Familientage. Wir können getrost in die Zukunft blicken und uns darauf verlassen, dass die BEKB diese Region auch weiterhin nachhaltig unterstützen wird. Der Berner Jura und die BEKB – seit mehr als 150 Jahren eine Geschichte des Vertrauens. im Auftrag des ZDF im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020